guten morgen guten morgen das frische brot meiner frau Tablette du musst Meisterin im Horst kauen, aber das geht nicht jetzt mach auf den Mund, auf den Mund, ja da guckst du immer so erschrocken, aber jetzt sollten machen, komm jetzt kriegst du fest, ja ist das Schultag wieder, im neuen Jahr, die Schule ist toll mir war das auch leider nicht klar, ansonsten hätte ich die Zeit ganz anders war hier rum das ist ja jeden Monat, fast ja, ja fast, aber meistens schon wenn man den Zelt auch nochmal zurück schrauben könnte die Schule würde ich ganz anders wahrnehmen, sowohl ich auch, mit der Weisheit von heute, da muss ich sogar einen Abschluss hin kriegen hat er sich von der Küche geschmissen oder nicht? nein, das war nur Spaß, jetzt gebe ich den Abschluss dann geht die hier so ein bisschen hoch und die geht so runter zeig nochmal Anik macht auch ein brau im Training ja dann setz dich an das musst du allerdings, Nuki freut sich auf die Schule er freut sich auf die Schule er striegelt wie ein Pferd so lange Haare ey, Wahnsinn Gesicht einkriegen ja Zähne genau, und dann müssen wir los dann geht's los Moin ich hab mein Brot drin vergessen wo? mein Brot hab ich da vergessen wo? ja Brot vergessen, das geht nicht jetzt fahren wir an die Schule wieder mal es ist schon wieder abends, wir sitzen hier Hallo, Skanni und ich vom Land von der Kita Skanni ist auf dem Hinweg eingeschlafen auf dem Rückweg denn, ne? ist er hierher, ist er eingeschlafen, stimmt auf dem kurzen Weg und gleich danach kam Anuk zur Tür rein und ich bin in den Schubes auch eingeschlafen hat Papa noch gesehen eigentlich, das genau vor dir in die Tür rein ich bin eingeschlafen na, die war wach also schnell ist der Tag wieder um, heute haben wir nichts gemacht? Außer ihr frühstückt und Anuk war fleißig in der Schule? und Skanni jetzt war fleißig in der Kita ganz genau was habt ihr in der Kita gemacht heute? hm aber Mutter von der Kind nicht wie Mutter von der Kind nicht wie und du bist, dass du in der Schule sind wenn sie wie also ich war schwimmen und ich bin eine Bahn geschwommen ohne ohne Schwimmflügel und ohne Schwimmnudeln und ohne Schwimmbrett ohne Hilfe ja ganz alleine und dann an der Hattop erst mal habe ich mich dran gewöhnt an das Wasser dann habe ich das den Gurt abgemacht dann bin ich ohne Gott gefahren wow also kannst du jetzt schwimmen ein bisschen na sie ist ja wunderbar und du? und du? hat sie auch in der Sauna gelernt ja, mit Andrea und du Skanni? was hast du gemacht? und dann gibt es jetzt ein neues Essen geh weg die Kamera geh weg die Kamera auf Kamera Hunger ei du sollst gehen du sollst gehen oder? du musst selbst gehen genau und wir gehen jetzt mit der Kamera weil? wir gehen jetzt mit der Kamera in die Schneidekamera wir gehen jetzt mit der Kamera in die Schneidekamera das ist ja schon wieder da oben ja lass sie doch da sitzen ja, lass sie doch da sitzen ich mach gerade sauber sie auch? sie nur mit der Zunge ja und dann habe ich noch ein Kind und dann haben wir noch so gemacht in der Kika dann habe ich noch durch Fenster geguckt wo es Abholzeit war ich wollte wissen wann du kommst und habe dich gar nicht mal gesehen du hast ja nicht in dem Moment geguckt hast du aber am Fenster gestanden ne? als ich kam ich dachte, dass die Mami kommt ja, dachte ich auch du hast nicht auf mich gewartet du hast nicht auf mich gewartet du hast dich gewartet ich warte immer auf Papa oder auf Mama ja, das war der erste Schultag eigentlich ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich bin jeder Schulein Mama guck mal guck mal in die Kamera das ist ein Blut was ist das? mein Blut hat den das ist kein Blut das ist bestimmt Marmelade nein kann es aber kosten Marmelade in Schuhen Marmelade Marmelade in Schuhen heute habe ich eine Schokomachen Marmelade in Schuhen So, man hat so einen Schokomuffin, also das sah aus wie ein Vulkan, dann hat er in den Ferien Geburtstag, dann hat er Muffins mitgebracht, dann hat er Happy Birthday gesungen, ja. Wow. Das ist auch ein Happy Birthday to you. Das ist auch ein Happy Birthday to you? Aber denen geht das nicht so? Happy Birthday to you, 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 aber meine Kinder und ich sing das so, weil Marmeladen, Dekose, das mögen wir nicht. Nee, das ist natürlich nicht so. Aprikose in der Brot. Marmelade im Schuh. Das mögen wir aber auch nicht. Wer mag denn sowas schon? Aber sonst würde es nicht richtig schreiben und ich kenne noch einen Reimler drauf. Happy Birthday to you, Marmelade im Schuh, Aprikose in der Hose und viel Spaß auf dem Klo und eine Bratwurst dazu. So ein Quatsch. Und viel Spaß auf dem Klo und ist noch eine Bratwurst dazu. Ei, 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 ei. Also ich habe Grusby das an Geburtstag gehabt und dort habe ich ganz viele Süßigkeiten gemacht. Wow. Mit Haaren. Nein. Und das hier sind Zimtsnacken. So, das hier sind ein, das sind Kalkahotten. Und das hier sind... Nudeln? Keine nur, denn das hier sind lange Kekse. Lange Kekse, ja. Und Zimtschnecke. Zeig mal her, einmal Zimtschnecke mal sehen. Guck mal, wie die aussehen. Eine ist so schön gefärbt. Ja. Die hier auch. Und das sind ganz große. Zeig jetzt auch mal, das ist die größte Zimtschnecke. Und die ist mit den Farben gemischt. Zeig mal. Da war eigentlich auch die letzte Zimtschnecke. Aber die Kamera kann gerne eine essen. Die Kamera kann eine essen? Ich darf aussuchen welche. Ich nehme alle. Lecker. Danke. Letztes. Die weiße kann man nicht sehen. Willst du Milch? Willst du Milch essen? Milch? Ja, gerne. Das ist auch. Ja, ist das. Mh. Willst du mit Brunnen essen? Mit Brunnen? Komm nicht an. Aber jetzt ist die Kamera aber satt. Ja, verabschieden wir uns damit. Von heutigen Tag. Heute gibt es viel zu tun. Oh, noch was. Ein echter Kornflakes. Und sagen Tschüss, bis Brunnen. Mitessen. Mh. Ähm, Papa, du musst das schneiden. Ja, genau. Also bis dann. Ciao. Tschüss. Hallo, Papa.